So, JBB 2018, Gottscha vs. Stacey B ist online gegangen, allerdings nicht nur die Battle-Runden der beiden, sondern auch Statements der beiden zu ihren Runden und zu ihrem privaten Beef rund um diese Runden. Ich kam im Intro von Stacey Bs JBB-Runde mit meiner Interviewfrage an Gottscha auch vor, habe die damals drin gelassen, womit ich diesen Beef sicherlich in der Retrospektive angeheizt habe, was absolut nicht meine Absicht war, sorry dafür. Ich habe mir beide Videos angeschaut und appelliere einfach an beide, weil ich beide mag. Vertragt euch, Freunde, wenn ich Stacey richtig verstanden habe, hat er in seinem Statement-Video selbst deutlich gemacht, dass er bei dem Battle, glaube ich, eine Grenze mit diesem Einblenden von privaten Fotos überschritten hat. Ich denke, kein Battle der Welt würde sowas rechtfertigen. Familienlines nur dann bringen, wenn das Ganze wirklich als Übertreibung zu erkennen ist, also keine privaten Details oder Fotos veröffentlichen. Ich habe schon seit Bestehen meines Kanals beide Künstler supported, egal ob das Stacey B war oder Gottscha. Das sind beides korrekte Jungs, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Und ich glaube auch, dass Gottscha ein stabiler Typ ist, für den dieses Familiending einfach eine Nummer zu krass war. Auch die Sache mit dieser Ex-Freundin war nicht so nice, wie ich finde. Ich weiß, ihr wollt alle Realtalk bringen, aber scheiß mal eben bitte auf Realtalk. Geile Lyrics brauchen keinen Realtalk. Geile Texte leben vom Wortwitz und brauchen diesen ganzen fiktiven Familienscheiß überhaupt nicht. Am Ende sollte es das bleiben, was es ist. Ein Battle. Sportlich und fair ausgetragen mit Punchlines. Ich weiß, dass Zuschauer sich gerne an so etwas ergötzen. Hat auch eine gewisse Dramatik und Spannung. Ich weiß, wenn solche Sachen vor dem Battle kommen. Aber ich persönlich brauche das nicht. Also erschöpft eure Energie nicht mit dem Drehen von irgendwelchen Statement-Videos, sondern macht geile Mucke mit geilen Lyrics. Ich weiß nicht, wie seht ihr das Ganze? Wurde da in diesem Battle eine Grenze überschritten? Schreibt es mir mal einfach unten in die Kommentare und falls ihr das neue Rap-News-Video noch anschauen wollt, das kam heute raus. Oben rechts verlinke ich euch das oder oben links, keine Ahnung. Viel Spaß mit den neuen JBB-Runden und bis bald.